CD-Players fragt Pete Smeet, wer hat die meiste Geduld? Die meiste Geduld? Ich definitiv nicht. Äh, Brammen auch nicht. Ja, und dann ist die gute Frage, wer dann die meiste Geduld hat von den dreien? Also Peter, Chris oder Sepp? Wenn ich mir denke, was Sepp teilweise für Spiele spielt und wie lange er sich damit beschäftigen kann mit irgendeinem Rotz, würde ich fast Sepp sagen. Ich bin mal gespannt, wie die anderen antworten. Das kommt ganz drauf an, in welchem Bezug. Also, ich glaube, ich bin da relativ weit vorne dabei, obwohl der Esel sich ja immer zuerst nennt. Ich. Das ist schwierig. Ähm, ich glaube, also Jay nicht, Brammen auch nicht so, ich auch nicht so, muss auch mal ehrlich sein. Ähm, Peter, Fly, aber ich glaube, ich glaube, Christian, also Christian ist, glaube ich, halt an sich sowieso der obercoolste. Und, ähm, ich glaube, Christian ist einer der geduldigsten von uns, an sich. Also, ich würde sagen, Jonathan oder Christian. Ähm, wer es auf jeden Fall nicht hat, ist Peter. Der treibt uns nämlich immer an. Z.B. macht immer Vorhinein, äh, wir sind schon auf dem Server, alle warten auf dich, Sprüche und so, ja. Das stimmt Peter nicht. Der ist ja eher der Antreiber, aber, sagen Jay oder Christian, einer von den beiden, ne? Gerade Jay, der Camper. Der hat Geduld. Ich würde behaupten, Christian hat die meiste Geduld. Er ist ja auch der, äh, weiseste von uns. Und, äh, er nimmt sich auch immer Zeit und er fordert von anderen Leuten Geduld. Deswegen würde ich tippen, dass er die meiste Geduld hat. Und, äh, wir sind ja auch der Geduld.